Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gehen wir rein in die Weekend League. Dafür brauchen wir aber noch ein Team. Ihr seht es, es ist gerade nur halb bestückt, es fehlt eine komplette Abwehr. Und das stelle ich euch jetzt erst einmal vor. Und danach gehen wir dann rein in das erste Spiel in der Weekend League. Ihr seht noch den Rest, das ist hier weiterhin schön Serie A. Ich kann auch so viel verraten, der linke Flügelspieler, der würde auch Serie A sein. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber in der Abwehrkette hat sich einiges getan. Und dafür gab es eigentlich zwei Gründe. Zum einen die Formation, die ich jetzt hier spielen möchte. Das wird aber gleich ein bisschen von mir ausgeführt werden. Aber dann auch ein anderer Grund war, das waren alles Goldspieler eigentlich, die ich hatte. Ich hatte ja hier PSG in Verteidigung und Torhüter mit Donnarumma, Kim Pembe und Marquinhos. Dann noch Hakimi, weiterer PSG-Spieler. Und dann links Theo Hernandez. Und das waren alles Goldspieler. Ich hatte zwar zuletzt auch mir den Marquinhos in Form gekauft. Und ich denke, der wäre jetzt nochmal zumindest in den nächsten ein bis zwei Wochen preisstabil. Aber wir gehen auf Black Friday zu. Und entsprechend gehe ich definitiv bei diesen Goldspielern von aus, dass sie jetzt in den nächsten Wochen stark einen Preis verlieren werden. Und der andere Punkt ist, und weil das ist nochmal dann auch jetzt entscheidend, die Spieler, die ich euch jetzt vorstelle, die sind auch nicht zwingend preisstabil. Also das ist jetzt nicht das Einzige, warum ich das so gemacht habe. Der andere Grund ist, dass ich diese Weekend League mal ein bisschen was anderes spielen möchte. Eine andere Formation. Aber zunächst einmal stelle ich euch jetzt quasi vor, wen ich jetzt hier spiele. Wir fangen an mit der Torhüterposition. Und das ist Manuel Neuer. Und damit ist dann auch, glaube ich, klar, in welche Richtung es hier geht. Nämlich in die Bundesliga. Und wir machen dann erstmals die beiden Innenverteidiger. Da habe ich dann einmal den Upamecano in Form. Und auf der anderen Innenverteidigerposition habt ihr wahrscheinlich eben gerade schon gesehen. Rulebreaker, Klostermann. Ich hatte auch darüber nachgedacht, den sollte ich wahrscheinlich hier noch im Verein haben, den Guardiol zu spielen. Habe ich sogar als rote Karte, war mir gerade gar nicht bewusst. Der wäre eigentlich auch gegangen. Aber irgendwie hatte ich dann mehr Bock, weil ich bin ein bisschen natürlich, das ist euch auch, glaube ich, klar, von meinen Münzen overall. Ich habe kein Messi mehr im Team. Ich habe kein Neymar mehr im Team. Dass ich gerade wirklich einen Großteil meines Kapitals nicht ausgegeben habe. Oder nicht zumindest in meinem Starter-Team drin habe. Hatte ich dann einfach trotzdem Bock, auch den Klostermann zu spielen. Er kostet halt ein bisschen mehr. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass der zumindest über die nächsten ein, zwei Wochen, ich hoffe doch, und diese Aussage kommt jetzt nicht wie ein Bumerang zurück, seinen Preis einigermaßen halten wird. Auf der rechten Verteidiger-Position habe ich dann Mukiele. Und auf der links Verteidiger-Position habe ich dann einen weiteren Rule-Breaker, nämlich Davies. Und dann fehlt jetzt nur noch der linke Flügelspieler. Und dann, glaube ich, könnt ihr, also ich glaube, jetzt könnt ihr es noch nicht erahnen, was ich eigentlich vorhabe, denn bis jetzt sieht es eigentlich einigermaßen Standard aus. Aber vielleicht mit der linken Flügel-Position wird es klarer. Und hier muss ich dann nochmal kurz auf LM gehen. Denn ich habe auch den Robin Gosens, die SPC vom Rule-Breaker abgeschlossen, in der defensiven Variante. Ja, und das ist jetzt nicht der allerbeste Flügelspieler. Und damit ist dann vielleicht auch schon irgendwie erkennbar, was ich hier vorhabe. Denn Khan, Content-Creator bei uns bei The Guide, für The Guide, den YouTube-Kanal, als auch für The Guide Plus, hat jetzt diese Woche einen Formation-Guide rausgebracht zum 3-4-2-1. Und ich habe jetzt diese Formation auch mal für ein paar Spiele in Division Rivals gespielt. Der hat damit 20-0 geholt. Der gewinnt damit ein Spiel nach dem anderen in Division Rivals. Und er hat das bei The Guide Plus in unserer App vorgestellt. Ich fand es selber spannend. Ich habe es ausprobiert und jetzt habe ich Bock, mit dem 3-4-2-1 auch die Weekend League zu spielen. Und vielleicht, also ich habe einfach Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Und da hatte ich dann einfach hier diese Tech entwickelt. Da ganz kurz der Hinweis, The Guide Plus, da gibt es eine App zu. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch über diesen Formation-Guide, über den ich gerade gesprochen habe, könnt ihr euch kostenlos anschauen und einfach mal reinschauen und selber ausprobieren. Und schauen, ob euch das Spaß macht. Ist mal was anderes, ist mal was Neues. Und Khan an sich ist selber mega begeistert von dieser Formation. Also schaut doch mal gerne rein. Die App ist wie gesagt kostenlos. Es wird demnächst auf ein Bezahlmodell umgestellt. Dann ist dieser Formation-Guide, über den ich gerade spreche, wahrscheinlich erstmal nicht kostenlos zu erreichen oder anzuschauen. Aber gerade ist es noch der Fall. Das heißt, wenn ihr es jetzt hier gerade schaut und es jetzt noch nicht passiert, dann könnt ihr es trotzdem noch kostenlos schauen. Und macht das, solange das der Fall ist. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das richtige Team wechseln. Und danach zeige ich euch auch, wie ich das in 3-4-2-1 spielen werde. Das Schöne ist, ich muss nicht 3er-Kette spielen. Ich könnte diese Spieler hier auch in 4er-Ketten-Formationen spielen. Aber es bietet sie an für ein 3-4-2-1. Nämlich wenn man kurz mal hier rüberschaut, dann spiele ich Klostermann, Upamecano und Mokiele. Ich würde sagen, drei Spieler wirklich, die sehr, sehr gut als Innenverteidiger geeignet sind. Und dann habe ich hier Robin Gosens als linken Flügelspieler, der quasi in der Defensive durch die Anweisung als Außenverteidiger fungiert. Und dann trotzdem aber auch in der Offensive irgendwo Offensiv-Akzente setzen soll. Und das gleiche mit Davies. Und dementsprechend habe ich da, denke ich, eine schöne Variante gefunden, um das dann ja auch sozusagen umzusetzen. Ja, und das ist der Plan. Ich zeige euch ganz kurz hier nochmal auch sozusagen, wie die Einstellungen sind. Balanced, also beziehungsweise ausbalanciert, glaube ich, ausgeglichen ist es im Deutschen. 40-40, ausgeglichen, direktes Passspiel, 50-4-Balken hier. Das ist für eine Eckenvariante hier mit dem Einbalken. Und die Instructions auch... Was war das denn gerade für eine Anzeige? Die Instructions, zentral bleiben für den Stürmer. Ich soll es euch eigentlich gar nicht so genau zeigen. Ladet euch auf jeden Fall die App runter und schaut euch den Formation Guide, weil Khan erklärt nicht nur die Taktiken und die Anweisungen, sondern er zeigt euch auch Beispiele, wie ihr die Formation zu spielen habt. So, also hier Stay Central für den Stürmer in der Zentrale. Die beiden Außenstürmer ausgeglichen, alles als Default. Die Außenspieler, Comeback on Defense, das heißt nach hinten in der Verteidigung. Stay Wide, Außenbleiben und dann überlaufen. Und das Gleiche auch bei dem linken Flügelspieler. Und die beiden ZMs bekommen Stay Back While Attacken, das heißt hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Das ist der 3-4-2-1. Und wie gesagt, ich kann auch natürlich im 4-2-2 mit dieser Formation spielen. Dann spiele ich halt Davies offensiv und Gosens als Außenverteidiger. Und er, der Khan, hat mir empfohlen, bei beiden, bei Gosens und auch bei Davies, Engine drauf zu machen, weil er meint, dass die Defensivwerte von den beiden schon reichen und Passspiel und Dribbling für die beiden sowie auch Tempo sehr wichtig sind auf diesen Positionen, auf den Vögel-Positionen. So, dementsprechend habe ich euch das mal hier kurz vorgestellt. Das Theme ist kunterbunt, das mag ich. Und also es sieht wirklich schön aus mit allen verschiedenen Karten. Neujahr ist halt ein bisschen langweilig, aber gut. Ich habe auch darüber nachgedacht. Vielleicht habe ich ja dieses Wochenende mal ein bisschen Glück. So einen Goretzka könnte ich nämlich ja auch einbauen. Mh, das wäre Zucker. Hätte ich richtig Bock drauf. Und jetzt ende ich mal einmal hier die Szene. Und wir haben soweit alles eingestellt. Wir gehen rüber zu der Weekend League. Ich muss mich mal kurz ein bisschen inhaltlich sortieren. Aber das haben wir jetzt soweit gemacht. Und ihr seht das, ich habe 500.000 Liner gerade flüssig. Und ich habe so viel an Spielern und und so weiter. Ich hoffe, es hat jetzt hier alles geklappt. Ich habe den Token unter der Woche erspielt. Das war ja dann auch nicht so wirklich alles durchsichtig. Aber wir sind jetzt hier angemeldet für die Weekend League. Und dann suchen wir uns jetzt den ersten Gegner. Und eine Sache habe ich vergessen. Aber ich schneide das jetzt hier irgendwo rein, wo es gar nicht angedacht war. Aber das mache ich jetzt, nämlich diesen geilen Player Pick aus der Elite-Division. Ihr wisst, wie sehr ich diese Player Picks liebe, weil sie wirklich einfach bei mir überragend gut funktionieren. Das ist das erste Mal mit einem Spieler, der zumindest ein gutes Rating hat. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert, weil bis jetzt meine Player Picks, also das ist ja vom Rating her, ein richtig guter Player Pick gerade gewesen. Aber ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz hier. Hier, wenn man mal meine aktuellen Player Picks anschaut, die ich aus der Weekend League und der Elite-Division bekommen habe. Es ist halt einfach eine Wonne. Schaut euch diese Prachtkerle an. Ne, also das sind die besten Spieler. Und dann habe ich auch noch die hier. Lecker. Also das ist wirklich stark. Es ist ein Genuss. Also bis jetzt hat sich das ultra gelohnt. Und da ist jetzt ein Chesney mal echt ein guter Spieler gewesen vom Rating her. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Ich habe auch, glaube ich, schon zwei Spiele in Division Rivals mit der Formation. Das ist der alte Bug wieder. Das ist der alte Bug wieder mit Initializing, was nicht weggeht. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe mit dieser Formation auch schon verloren in Division Rivals. Aber ich habe das Gefühl, ich muss die Formation auch kennenlernen. Es gibt, es klappt dann doch irgendwann. Nice. Es gibt so viele Möglichkeiten, so offensiv, was man damit machen kann. Und man kann damit den Gegner, glaube ich, richtig auch überwältigen und überlaufen. Und ich hoffe, euch kann ich auch hier in dieser Folge entsprechend was zeigen. Ja, da geht's rein. Wunderbar. Ui. Okay, das ist, da muss man ganz ehrlich sagen, kein gutes Team. Ich habe eben gerade mein buntes Team angesprochen. Er hat nur eine Spezialkarte. Das ist ein wenig, ist vielleicht irgendwie gerade ein neuer, frischer Account, RTG-Account. So gefühlt sieht es aus. Oh, hier habe ich ein bisschen Glück. Dann starte ich ein Directed Run. Und da mache... Hä? Ich war zuletzt, muss ich sagen, ein wenig angetan eigentlich von Politano. Der hat ein paar richtig schöne Fernschuss-Tore gemacht. Aber das war ja gerade... Dass er den vorbeischießt, verstehe ich gar nicht. Komm, dann zeig es mir so. Ne, mach da nicht. Der schießt den einfach vorbei. Sensationell. Also das hatte ich... So... Auch noch nicht. Ach ja. Okay. Die Goldspieler hauen solche Pässe raus. Bei Opel Mekano habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich den OTW-Bil kaufe. Ich meine, das ist keine bessere Karte, aber er... Die Bayern bekommen die 5 Siege. Und ich habe das Gefühl, da gibt es noch erstmal demnächst ein bisschen Hype. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen dabbelig gemacht. Ich wollte irgendwie was Schönes machen. Da habe ich gemerkt, irgendwie bin ich gerade viel zu unkreativ. Aber man sieht das hier gerade schon, was man alles für Optionen bekommt. Und jetzt vielleicht hier mal... Okay. Aber es ist natürlich ein ultraspitzer Winkel. Ich wollte aber jetzt nicht einfach wieder bewusst weiter in die Mitte spielen. Einfach abgefangen. Können wir jetzt hier mit Davies? Eigentlich sollte da ja eher Politano sein. Okay. Den muss ich nochmal annehmen. Dann kann ich den sauber ausrichten. Dann hat der auch mehr Druck und wird vielleicht nicht abgefangen. Ich tue mich gerade... Also ich bin nicht sonderlich effizient. Hier seht ihr jetzt hier, dass es quasi in der Defensive wie eine Fünferkette ausschaut. Mit Davies dann. Oh, geiler Ball. Stark. Stark. Also kann ich nichts sagen. Ich habe mich unglaublich doubleig bis jetzt angestellt. Und der Gegner mit seinem ersten... Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass er in meiner Hälfte ist nach 15 Minuten. Macht er so einen Ball und macht den Treffer. Nicht schlecht. War überrascht, wie frei der ist in der Mitte. Aber er hat das gut gesehen. Und... Da bringen einem auch keine Fünf-Verteidiger was. Ich bin gerade überhaupt nicht FIFA-technisch drin. Also... Ich hoffe, der ist nicht im Abseits. Weil er einfach hinter dem Gegenspieler festgehangen hat. Ich wollte eigentlich auf den anderen Spieler spielen. Aber er hat natürlich offensiv extrem viele Optionen. So, jetzt müssen wir umschalten, quasi von der Fünferkettenformance auf die Dreierkette. Wir müssen jetzt mal einfach... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will es zu kompliziert machen. Ich will es zu schön machen. Ich muss jetzt einfach mal jemanden freispielen und dann einfach mal reinschießen. Gut. Sagen wir mal ganz ehrlich. Habe ich ja schon einmal gemacht. Wo Politano einfach so krank am Tor vorbeigeschossen hat. Okay. Sehr schön. Auch mal ohne Druck wollen Pass gelöst. Auch mal interessant. Kann man auch mal machen. So, kriegen wir den? Ja. Den nehme. Guck mal, den kann man schön spielen. Schön der Directed Run auch. Er kennt das Problem. Es sind einfach zu viele Blocks. Ich weiß nicht, ob ich in Jan Reck schießen muss. Nochmal vielleicht einen Shot Cancel machen soll. Damit der geblockt, damit der nicht geblockt wird. Schöner Ball, Eroberung. Ich spiele den jetzt mal nicht. Och doch nicht auf ihn. Also da steht einer wirklich direkt dran und der kriegt den Ball nicht, weil er den irgendwie, keine Ahnung, bis an der Rente der Welt spielen möchte. Und das ist jetzt hier ganz nice. Jetzt hat man, weißt du, nochmal so einen weiteren außen. Und Davies macht, glaube ich, seinen ersten Treffer für mich. Und der Gegner geht raus. Nehme ich an. Jo. Okay. Also das war, wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr schwer getan. Sehr schwer. Aber gut. Ich werde noch ein zweites Spiel spielen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich den Gegner habe. Da ist es soweit. Wieder recht viele Goldspieler. Aber hier, denke ich, ein bisschen bessere Goldspieler teilweise. Und auch ein paar Spezialkarten. Und eins steht für mich fest. Ich muss besser spielen. Ich habe eben gerade echt nicht gut FIFA gespielt. Defensiv. Also vor allem am und im Sechzehner. Und das ist halt das. Ich glaube, da habe ich gerade einfach auch sehr viele Möglichkeiten. Habe ich gerade noch was erzählt, dass ich defensiv gut war? Ich habe gerade gar keinen Zugriff bekommen. Sick. Warte mal. Warum spielt denn Davies gerade noch hier auf der links? Also ich habe doch die Formation schon umgestellt. Es ist Anstoß gemacht. Warum bin ich hier noch in der Viererkette? I don't fucking get it. Ich glaube, jetzt bin ich in der Dreierkette. Muss ich schneller spielen, wenn ich da quasi das so langsam aufziehen möchte, muss ich trotzdem. Boah. Habe ich gerade Glück gehabt, dass ich da nicht noch irgendwie Fehler gemacht habe? Ein starker Ball auf jeden Fall vom Gegner, kann ich nichts sagen. Ach Mensch, Benni. Spiel aber auch... Scheiße, Mann. Ihr denkt euch auch gerade... Das ist ja echt eine geile Formation. Geht ja echt viel. Okay, schön. So, und da seht ihr, was es offensiv für Möglichkeiten gibt. So viele Spiele auch im 16er. Oh, nice. Nehmen wir. Ja. Boah. Kann ich nochmal einfach gehen? Knappes Ding. What the fuck? Habe ich ein bisschen Glück. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der hier auf den Boden fällt. Ähm... Das war ja nicht... Das war ja also... Hä? Egal. Ich bin gerade viel zu unentschlossen. Ich komme an und in den 16er und ich habe drei Ideen und ich mache nichts Konsequentes. Das ist immer schlecht, wenn man so inkonsequent ist. Machen wir mal meine Eckenvariante. Ja. Also hat man schon gesehen, dass die gut funktioniert. Auch da gibt es auch ein Tutorial-Video über The Guide Plus, wie die funktioniert. Aber man muss halt nur richtig zählen. Also ich bin wirklich gerade... Also ich merke das richtig nicht entschlossen genug in den Aktionen. Nicht klar genug. Ich komme, wie gesagt, an den 16er und denke so, boah, was machst du? Äh... Du könntest jetzt hier irgendwie lupfen, also ein bisschen so hoch reinspielen, mit Doppeltreieck. Du könntest Player-Lock machen. Machen wir jetzt mal auch hier. Und dann irgendwie... Dann mache ich nix und probiere einfach weiter durchzulaufen. Das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, aber... Was fand ich eigentlich... Ach, Mann. What the fuck? Ja. Ach, Mann. Er ist schon ziemlich sick, was er da teilweise für Risiko... Boah. Risiko geht. Oh, war so ein schönes Zusammenspiel zwischen den beiden. Muss ich wahrscheinlich annehmen. Einer der wenigen Bälle... In FIFA 22, wo man... Wo es besser gewesen wäre, den anzunehmen. Ich stelle mich echt so dappelig an. Aber, also mein... Der Gegner kommt ja generell... Also in beiden Spielen jetzt... Sind jetzt vielleicht auch dann... Ähm... Nicht die stärksten Gegner, aber ich hab das Spiel... Ich... Also ich kontrolliere das Spiel komplett. Ich mach ja komplett das Spiel, aber... Ich bin echt offensiv. Nein. Ach Gott, den darf ich nicht spielen. Der Gegner spielt da sehr konterlastig. Na gut. Müssen wir auch mal einmal hier sauber kontrollieren. Krank, krank. Wie der sich bewegt, dass er quasi nicht anspülbar ist. Ne. Ach, das gibt's sogar noch faul, Alter. Meine Güte. So unnötig. So, wir kontern jetzt hier schön. Oh. Oh, das war sauber ausgespielt. Ist auch kein Abseits. Sehr schön. Das war nicht schlecht mit der Kretsche von ihm. Der wusste, was ihm da blüht. Kein Foul, nice. Na gut, kann man mal versuchen. So, wir kriegen sogar noch den Einwurf und damit, denke ich, eine Chance auf den letzten Angriff. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt wird da... Achso, ist sogar... Boah. Okay, doch, doch, doch. Oh nein, wie schlecht! Ich bin so kacke gerade in der Verteidigung. Wie verteidige ich das? Ich habe halt safe damit... Ach Mann, ist das schlecht. Es ist so schlecht von mir. Verteidigt. Wirklich. Abwartig schlecht. Boah. Ich meine, klar, ich habe hier 3,2 Expected Goals und der Gegner nur 0,9, aber ich habe zweimal so schlecht verteidigt und er hätte sogar 2-0 in Führung gehen können. Boah. Also wirklich, so abartig schlecht. Wir fehlen da die Worte für, wie schlecht ich das gerade verteidigt habe. Mann, da bringe ich mich so meine verdienten Lorbeeren-Mühen. Keine Ahnung, wie man es genau bezeichnet. Ich kriege das nicht mehr abseits. Wird er nicht im Abseits sein? Krank, dass dieser... Also, das ist fucking insane, dass ich diesen Ball nicht abgefangen bekomme. Ich bin so schlecht gerade im 16er. Nicht mutig genug. Danke. Nice. Das kann auch so einfach sein. Aber man merkt, also ich habe das Gefühl, ich spiele die Formation und ich spiele gerade generell. Also ich will jetzt auch nicht zu viel meckern und so weiter. Ich bin höchst gerade unzufrieden, wie ich spiele. Das merkt ihr halt auf jeden Fall. Aber ich glaube, man merkt, wie viel mit der Formation geht. Okay. Okay. Weil ich habe eigentlich in den letzten Tagen, wenn ich gespielt habe, finde ich echt geiles FIFA gespielt. So war ich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Und ich kann es... Und deswegen bin ich so unzufrieden, weil ich kriege es halt echt hier nicht auf den Rasen gerade. Ah, da wäre es halt echt nicht verkehrt. Er muss nur einen halben Schritt mir entgegenkommen und sich nicht hinter dem Gegner verstecken. Oh, lauft auch weiter. War sogar ein rotes Timed-Finish, weil er nochmal so einen Verzögerungsschritt macht. Sollte ich dann vielleicht auch nicht timen in so einer Situation. Okay. Spieler kurz rufen, einbiken ist wichtig. Kurz spielen. Druckball an den 16er. Und rein das Ding. Und schade, leider nicht frei gewesen. Wir müssen hier noch einen vierten Treffer machen. Wer nicht schlecht. Solide, mein Freund. Mit Kimpembe. Schade. Auch schade, dass ich den Ball nicht bekomme. Der spielt mir vielleicht eigentlich in die Füße, aber man kennt es. Den spielt er mir auch in die Füße. Habe ich diesmal auch. Sehr schön. Wie ist der Abseits? Hä? Sick. Keine Ahnung, wie der Abseits war. Keine Ahnung, wie der Ball hier durchkommt. Aber die Abwehr steht. Vierter Treffer. Ich wäre ultra beruhigt, weil ich habe mir schon so zwei richtig simple Gegentreffer gefangen. Mit einem Steilpass. Ich bin nicht gut genug vom Tor. Warum spielt er den so schlecht? So whack rein. Er war komplett frei. Das wäre jetzt kein Foul gewesen. Wir brauchen noch einen Treffer. So. Wir wechseln mal. Fehlerini kommt. Mal ein bisschen ausprobieren. Corona habe ich mir geholt. Ui. Die sind irgendwie alle gleich schlecht. Von der Ausdauer. Und dann machen wir noch Fick hier. Aber dann sollten wir es so machen. Okay. Auch wenn ich das Spiel gewinne, zufrieden bin ich nicht. Es ist halt ein bisschen weit weg für einen direkten Freistoß. Aber wir können mal durchlaufen probieren lassen hier. So zack. Und wir machen es mal so. Guck mal, das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Oh Gott. Danke. Anortovic gefällt mir jetzt auch immer besser. Aber er hat vor allem jetzt in Rivals gut funktioniert. Ah, darüber wollte ich noch sprechen. Das ist super schön. Ich habe ja in der letzten Folge... Ui. Guck mal. Krank, wie der sich bewegt. Sick. Also dafür, dass der 1,94 ist. Wenn der jetzt im Absatz ist. Der ist im Absatz. Also der hat 97 Positioning, glaube ich, defaultmäßig. Und der... Er kommt nicht aus dem Absatz so eigenständig raus. Sick. Ich habe in der letzten Folge sehr, sehr krass drüber umgeheult, dass quasi das Spiel sich so komisch spielen würde. Oh, wie der marschiert. Okay, den schießen wir jetzt mal direkt rein. Und danach habe ich unter der Woche Rivals gespielt und die Weekend League Qualifikation gemacht. Und das Spiel hat sich wieder voll gut gespielt. Und da habe ich einfach auch nochmal wieder realisiert, wie grottenschlecht das... oder wie stark auch der Einfluss der Server ist in so einem Moment. Einfach schade. Das ist sehr nah dran. Schönes Ding eigentlich. Komm, ich probiere mal hier so ein Cross Finesse. Habe ich auch ein paar schöne schon gemacht. Ähm, ja. Und von daher war ich auch da in der Hinsicht, will ich mal gucken, wie es da mit dem 3-4-2-1 ist. Weil in Rivals mit einer guten Connection, so mit einem guten Spielerlebnis, hat es mir Spaß gemacht, kann natürlich sein, dass wenn es so ist wie letztes Wochenende und ich fand es wirklich, das, was ich genau beschrieben habe, ich habe das dann nochmal für mich bestätigt gefühlt. Das ist ein Abseits. Ähm, mal gucken, wie es dann jetzt in der Weekend League ist, ob es dann einfach diesmal besser ist von dem Spielgefühl. Und falls nicht, wie es dann mit dem 3-4-2-1 hinhauen kann. Okay. So einer kommt dann an. Ich habe, weiß ich nicht, war ein X eingedrückt beim Playerlock und er macht es einfach nicht. Ist manchmal doch ein bisschen buggy, ne? Oh, der ist jetzt im Abseits. Schade. Sollte eigentlich im Abseits sein. Ist er nicht. Okay. Dann machen wir den Treffer so. Und, ha, ich gewinne beide Spiele. Richtig zufrieden bin ich nicht. Aber ich groove mich ein und irgendwie war es heute. Heute war so ein bisschen der Wurm drin. Aber probiert es ruhig mal aus, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Muss man ja auch mal schauen, wie es das Team hergibt. Aber man sollte da auch nicht zu klein nicht sein. Ein Außenverteidiger. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Kann man ja immer gut auch in der Innenverteidigung spielen nach dem Umstellen. Und irgendeinen der Flügel, oder die beiden Flügelspieler, die man hat, die kann man ja auch, oder einen der beiden Ausverteidiger, kann man ja gut auch meistens als Flügelspieler spielen. Und dann kriegt man das schon irgendwie umgestellt. Also probiert es gerne mal aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist. Und wie gesagt, ladet euch die App gerne runter. Und dann bekommt ihr nochmal einen ausführlichen Guide von Khan, der es euch ausführlich erzählt. Und damit bin ich jetzt hier an dieser Stelle raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.